Ich habe diese Taschenlampen aus eigener Tasche gekauft und getestet. Die günstigste Lampe kostet 30 Euro, die teuerste 110. Die Lumen reichen von 400 bis 2000. Zuerst schauen wir uns kurz an, was bei einer Taschenlampe wichtig ist und danach, welche Lampen die besten sind und warum. Wie viele Lumen sind denn eigentlich notwendig? Grundsätzlich sind bei den modernen Taschenlampen 1000 Lumen schon sehr, sehr hell und wahrscheinlich mehr als genug für die meisten von uns. Alles, was über 2500 Lumen hinausgeht, erfordert natürlich auch mehr Energie. Was nicht nur einen größeren Akku erfordert, sondern auch die Akkulaufzeit dementsprechend verringert. Erstens, wie gut funktionieren die Bedienknöpfe? Ideal ist es, wenn der Schalter groß genug ist und einen spürbaren Druckpunkt besitzt. Manche der Schalter sind schön knackig und funktionieren sehr gut, andere sind erstaunlich schwammig und einfach schlecht. Es gibt Seitenschalter und sogenannte Endkappenschalter. Manche Taschenlampen haben beides. Was die Position des Schalters betrifft, gibt es nicht wirklich ein besser oder schlechter. Das ist etwas Geschmackssache. Zweitens, welchem Leuchtmodi hat die Lampe und wie einfach oder kompliziert ist die Bedienung insgesamt? Meine persönliche Meinung dazu, je einfacher, desto besser. Ich bin überhaupt kein Freund von komplexen Tastenkombinationen und unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Bei Lampen mit einstellbarem Fokus kannst du den Lichtstrahl bündeln oder verbreitern. Manche Lampen haben außerdem noch einen sogenannten Stroboskop-Modus, der zur Blendung und Abwehr von Angreifern dienen soll. Der IP-Wert gibt an, wie robust und wasserfest eine Taschenlampe ist. Eine gute Taschenlampe muss wasserfest und stoßfest sein. Bis auf zwei Ausnahmen haben alle Lampen einen IP-Wert von 8 und sind wasserdicht. Alle Taschenlampen verfügen über einen wiederaufladbaren Akku. Die Kapazität des Akkus wird in Milliampere Stunden angegeben. Je höher die Zahl, desto länger wird die Taschenlampe mit einer Ladung arbeiten können. Aber das ist natürlich davon abhängig, wie viel Lumen die Lampe hat und bei welcher Lichtstärke die Lampe betrieben wird. Zum Beispiel, diese kann auf der kleinsten Stufe 40 Tage lang leuchten, auf der maximalen Stufe aber nur 55 Minuten. Ganz wichtig ist, dass sich der Akku herausnehmen lässt. Das hat gleich zwei Vorteile. Erstens, falls der Akku kaputt wird oder mit der Zeit an Leistung verliert, kannst du ihn ganz einfach austauschen. Was die Haltbarkeit deiner Lampe deutlich verlängert. Zweitens, falls dir die Leuchtdauer deines Akkus nicht ausreicht, kannst du mit einem Reserveakku die Leuchtzeit deiner Lampe ganz einfach verdoppeln. Auf maximaler Leuchtstärke wird jede Taschenlampe irgendwann warm werden. Vor allem kompakte und leistungsstarke Lampen sind davon betroffen. Je weniger warm die Taschenlampe wird, desto besser. Wie funktioniert der Ladevorgang? Bei manchen Taschenlampen muss die Abdeckung erst abgeschraubt werden. Bei anderen ist der Anschluss deutlich leichter zugänglich. Standardanschlüsse wie zum Beispiel Micro-USB oder USB-C sind meiner Meinung nach optimal. Manche Lampen haben einen magnetischen Anschluss. Das ist zwar recht nett, aber wenn das Kabel kaputt wird oder verloren geht, musst du dir genau dieses Kabel nochmal nachkaufen. Die Standardanschlüsse findest du in jedem Haushalt. Zusätzlich habe ich mir noch angeschaut, wie lange es dauert, bis ein Akku wieder vollständig geladen ist. Auch hier gilt, je schneller, desto besser. Manche Lampen haben eine Ladestandsanzeige, die anzeigt, wenn der Akkustand niedrig ist. Auch das ist sehr praktisch. Verarbeitung und Extras. Hier habe ich mir das Gehäuse, die Anschlüsse, Abdeckungen, die Verschlüsse und die generelle Verarbeitungsqualität der Lampen angeschaut. Hier habe ich alle Taschenlampen nach dem Preis geordnet. Die billigste kostet ca. 30 Euro, die guten liegen irgendwo bei 60 Euro und die teuerste kostet 110 Euro. Die große Frage, ist eine Lampe um 110 Euro so viel besser wie eine Lampe um 60 Euro? Meiner Meinung nach nein. Für den normalen Gebrauch ist keine Taschenlampe über 100 Euro notwendig. Eine etwas günstigere Lampe wird ähnlich gut und zufriedenstellend funktionieren. Auch was die reine Leuchtkraft angeht, macht der Preis zumindest bei diesen Lampen keinen Unterschied. Was sind nun meine Favoriten und warum? Diese drei haben mir nicht gefallen. Die kleine Boulder von Anker ist zwar eigentlich ganz gut, aber leider ist der Akku fix verbaut und lässt sich nicht tauschen. Bei der größeren von Anker kann man zwar den Fokus verstellen, aber dafür funktioniert der Druckknopf sehr, sehr schlecht. Der Ladevorgang ist etwas umständlich und die Lampe ist für eine Leuchtkraft von nur 900 Lumen einfach zu schwer und zu klobig. Genau das gleiche gilt übrigens für die Lampe von Klarus. Gut gefallen hat mir die L50 von Wuben. Sie hat 120 Lumen und kostet nur 35 Euro. Sie hat eine einfache Bedienung, eine gute Leuchtdauer. Sie ist relativ kompakt und robust. Einziges Manko ist die Abdeckung für den Ladeanschluss. Wenn du hier nicht vorsichtig bist, dann wird der nicht lange halten. Die größere von Wuben war auch gut, sie hat sogar 2000 Lumen und einen zusätzlichen USB-Anschluss, der als Notfall als kleine Powerbank verwendet werden kann. Sie ist aber dementsprechend größer und um einiges schwerer. Meine Wahl würde daher eher auf die kleinere und günstigere Wuben L50 fallen. Die Nightcore zählt mit nur 107 Gramm zu den leichtesten Taschenlampen im Test. Sie ist schön kompakt und liegt gut in der Hand. Die 1000 Lumen sind ordentlich hell und vor allem die einfache Bedienung hat mir gut gefallen. Der Druckknopf ist schön knackig und du kannst lautlos zwischen den einzelnen Leuchtmodi durchschalten. Auch was die Verarbeitung betrifft, gehört die Nightcore zu den besten. Einziger Kritikpunkt, die Nightcore ist bei maximaler Leuchtstufe relativ schnell warm geworden. Bei mittlerer Leuchtstufe war das aber kein Problem mehr. Die ThruNight ist ähnlich gut wie die Nightcore. Sie ist minimal schwerer, hat dafür aber einen noch helleren Turbomodus, der auf 2000 Lumen kommt. Sie ist vielleicht nicht ganz so fein verarbeitet wie die Nightcore, aber auch hier ist die Qualität vollkommen okay. Die ThruNight ist kompakt und der Akku kann natürlich auch getauscht werden. Der Schalter ist seitlich und gibt Auskunft über den aktuellen Ladestatus. Die Lampe ist, was das Verhältnis von Preis und Leistung betrifft, ganz vorne mit dabei. Die Leuchtmodi ist aber leider oft ausverkauft. Als Alternative bietet sich daher die sehr ähnliche TT20 an. Alle Lampen verlinke ich unter dem Video. Die LED-Lenser ist leider nicht mehr ganz so kompakt, hat dafür aber einen einstellbaren Fokus. Die voreinstellierten Standardmodi sind gut und einfach zu bedienen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Leuchtmodi auf deine Bedürfnisse anzupassen. Aber sei gewarnt, wenn du versuchen solltest, irgendwas umzustellen, es ist erstaunlich kompliziert. Der seitliche Druckknopf gibt Auskunft über den aktuellen Ladestand. Geladen wird die LED-Lenser mit einem speziellen Kabel, was ich persönlich als Nachteil empfinde. Insgesamt aber eine gute und hochwertige Taschenlampe, die zwar nicht so kompakt ist, aber dafür einen einstellbaren Fokus hat. Wenn dieses Video soweit hilfreich ist, dann freue ich mich auf einen Daumen hoch. Danke! Über die Verarbeitung dieser Lampe braucht man nicht diskutieren. Sie sind einfach sehr, sehr gut und extrem hochwertig verarbeitet. Die Lampe liegt wirklich gut in der Hand, ist super kompakt und hat starke 1750 Lumen. Die OLED hat einen Seitenschalter und einen Heckschalter. Der Seitenschalter gibt zusätzlich Auskunft über den Ladestand des Akkus. Die Akkulaufzeit ist gut, geladen wird über ein spezielles magnetisches Ladekabel. Die Warrior Mini hat sogar einen Sensor vorne drinnen, der die Leuchtkraft reduziert, sobald man irgendwo zu nah dran kommt. Ob man das wirklich braucht? Wahrscheinlich nicht. Insgesamt aber eine hervorragende Taschenlampe, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, aber auch deutlich mehr kostet als die anderen. Und wenn du nur eine einfache Taschenlampe suchst, dann ist so eine Lampe sicher nicht notwendig. Diese kleinen Taschenlampen wiegen nur um die 60 Gramm. Sie sind dabei aber verdammt leuchtstark. Im Vergleich zu den anderen Taschenlampen ist der Akku aber deutlich kleiner und dementsprechend ist die Akkulaufzeit kürzer. Vor allem dann, wenn sie bei maximaler Leuchtstärke verwendet werden. Was sind die Unterschiede? Die OLED ist um einiges teurer und noch teurer, wenn du dir diese Ladestation dazu kaufst. Ist die Ladestation praktisch? Ja, natürlich ist die Ladestation praktisch, weil du damit immer eine geladene Taschenlampe hast. Außerdem ist die Ladestation qualitativ hochwertig und einfach gut gemacht. Ist das notwendig? Nein, definitiv nicht. Und deshalb kannst du dir Baton natürlich auch ohne Ladestation kaufen. Die Sofrin kostet deutlich weniger. Sie ist auch gut verarbeitet. Sie hat eine einfache und intuitive Bedienung und ist leuchtstark. Die Sofrin ist minimal größer und du kannst sie mit einem USB-C Anschluss einfach und überall laden. Für die OLED brauchst du wie gesagt immer dieses spezielle Ladekabel. Was sind die Nachteile der Sofrin? Die Akkulaufzeit ist etwas kürzer und sie wird bei maximaler Leuchtstärke etwas schneller warm als die OLED. Beide dieser kleinen Taschenlampen haben mir aber gut gefallen. Sie sind sehr praktisch und beide sind absolut empfehlenswert. Auch Stirnlampen habe ich getestet. Das Video dazu findest du hier. Alle Taschenlampen verlinke ich unter dem Video. Alles Gute und bis bald.